Stange 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 Wetter Konter 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 Nehmen Stange 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 Immer gegen die Stange Da, Alter, weiter, was machst du? Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, hallo, da, Girard Girard ist frei gewesen, mein Liebster Ah 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 Ronaldo Ronaldo Ah Ah Nein, nein Was ist hier schon wieder passiert? Digga, was ist das? Ey Mann Ja, und dann move ich sogar noch Wow Oh Ey 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 Oh 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 Das ist so ein Scherz. I can! Seht doch. Oh mein Gott. Was? Junge, warum der scheiß Baby, man? Nein! Nein! Wow! Geil! Nein, was mache ich? Was mache ich? Nein, was passiert hier? Ja! Geil, klippen wir. Das sieht mir nach einem Tor aus. Ist das Cristiano? Was ist das denn? Das ist Cristiano. Junge, hä? Das ist so lächelig! Das ist so lächelig! Das ist so lächelig! Das ist so ein Witz! So, jetzt halt die Fresse, jetzt wird gespielt hier. Fokus! Alter, die stehen da rum! Digga, was ist mit dem kaputt? Er spielt bei 3-2-Score gegen Moaba im Golden Goal um 1200 Euro. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Elfmeter! Lass dich doch fallen! Du bist ein Italiener! Also, ich meine damit natürlich, ähm, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Angelegenheit. Da habe ich ja Lattenschüsse kassiert. Oh! Oh, Mann! Oh! Die... Let's go! Let's go! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein! Ich habe an Diaby gedacht! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, was war das? Bruder, was war das mit meiner Stimme gerade? Was für deine Stimme? Ich hatte Schluckauf und ein Voicecrack inne und ich wollte was sagen. Sag dir! Du Ohr ist okay, Will! Oh, Lisa! Ja, Lisa, die Natale! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Lisa, Digga! Gott, Gott, oh Digga! Das ist klar! Was? 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 Was passiert hier? Was? Kuss geht raus, Justin, Kuss! Elfer! Easy peasy! Ruhig! Rot! Nice! Was? Muss fix zu Holgi? Ach du Scheiße, was willst denn du? Oh! Das war das schlechteste! Elfmeter! Das war mit Absicht! Nein, das war nicht! Also wahrscheinlich war es mit Absicht, oder? Ich hab mal den im Sofa gehauen, Alter! Günther! Ja, Günther kommt nochmal! Bei Günther mach ich mir gar keine Sorgen! Der kommt nochmal! So, wir gehen rein! Mo Salah! Please, man! 1800 what! Ich hab da мало... Was hat denn Der gemacht? Ich hab gar nicht mehr hingeguckt! Rote Karte! Was hat denn der gemacht? Was hat denn der Louis Dias... Warte... Hä? Sooo... Ginola und fertig, ja... Ich glaube, Ginola... Ich glaube, damit würde ich mich zufrieden geben. Drei Minuten später. F an ihn. Wen habt ihr gezogen? Schreibt es in die Kommentare. Digga, was ist das für eine Animation? Wie hält der den nicht? Deswegen verließ er halt ein Game am Ende, weil so ein Tor reingeht. Ich habe den bis dato gelobt. Das war echt der erste Keeper, wo ich sage, da merkt man, der kann ein bisschen was halten. Und dann kassiere ich in einem Game solche zwei Buden. Solche zwei Buden. Perfekt. Also Hilfe. Nein. Es ist so unfair, Alter. Ausblick, hier eine scheiß Sprachnachricht schicken, du Wichser, Mann. Hörst du dir auf dem Handy ab, Digga? Hörst du dir auf dem Handy ab, Digga? Damit das Game enger ist. Oh mein Gott. Der arme Digga, wie stand der denn? Oh mein Gott, ich habe ihm 16 zu 4 versaut. Walkout. Konter setzen. Da sprintet auch mal Fabi durch. Da sprintet auch mal Fabi ein Kloß durch. Der hat einen Riecher dafür, dass da der Fehler passiert von Alisson und von Dijk. Auf, auf und davon. Oh mein Gott. Fass. Leidender Schalke-Fan. Wie meinen die das jetzt? Wieso denn leiden? Wisst ihr, wen ich gerade im Pack hatte? Das ist komplett gescriptet. Der Timing. Der Timing einfach. Der aller echte. Ey, ganz ehrlich, manchmal hört doch EA Sports doch auch mit, oder? Das kannst du doch nicht erzählen. Oh, Walkout. Oh, glaube ich, dicker Walkout. Ho! Ha! Klippt das einer, was er macht? Tschüss! Er hat sich so über diesen Wink gefreut. Unglaublich. Zu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017